hallo guten tag hat er gesagt mir ist mal so aufgefallen dass so ganz viele abschlepp mission hier so gibt und auch so viele ja sage ich mal akunde mission dass man einfach nur so aufdecken muss hier in der nirn mal jetzt eigentlich nichts was wir verbinden können außer werden jetzt ein kran bei deswegen machen wir den weg hier weiter fahren hier mal durch die schlucht wenn man dadurch kommt immer ein bisschen gespannt heute habt ihr mich auch wieder mal in normaler qualität stimmqualität und auch die stimme ist immer richtig ja da live nur noch mal nach sprechen hoffe ich zumindest zumindest sieht es jetzt so gut aus ja ganz schade weil die folge die war gestern eigentlich so wie die aufgenommen war relativ lustig um das dann so nachzusprechen hat dann ja war dann auch dann nicht so geil und dann ja wie er mitkriegt hat die aufnahme dann tonmäßig irgendwelche sehr komischen sehr komischen klänge kommen wir hier gar nicht rückwärts nirgends wie ran wo das war eine scheißstrecke hier aber das feitsstrommortig machen das ist aber schon mal gut dass wir so rauskommen da haben wir uns auf den eis gerade sehr sehr festgefahren er wird doch vorne da den krümen kriegen oder ich dachte hier einfach so mittig durch weil wegen das ist auch eine scheißstelle hier abwärts hätten wir mehr gefallen oder was aber dann für diesen weg der sehr tückisch da brauchst du aber dann schon äh alternativ routen guck mal hier hinten an hier könnte man so durch fahren ich weiß nicht ob wir hier wenden und sagen hey wir probieren mal hier so irgendwie durch zu fahren da zieht mir ja fast so aus ob könnte man hier durch die frage ist natürlich denn nur hier ne weil wir haben auch nichts zum anwenden weil wir haben auch nichts zum anwenden Laskan bringt uns hier irgendwie auch gar nicht da haben wir ja durch dass wir hier ein bisschen die steine und zum rechts schubsen irgendwie mal grip hier ich sehe jetzt nicht wie es vorne weiter geht schubsen wir uns mehr von links nach rechts aber ich will auf den schnee so ein bisschen bleiben sonst rötet hier ganz kombinell und geschafft da müssten wir uns noch mal wir sind eigentlich nur auf dem weg zur quest hier die hier vorne ist also geradezu ja irgendwie hat der hier hat nicht zu viele Dinger hier gesetzt dann weiß ich nicht was da hinten ist so da ist das Schifffding noch der versunkene die nehmen wir natürlich erstmal an ach ne ach ne die haben wir schon achso das hier Versorgung des Teufels ach da müssen wir die abgeben oder oder da kriegen wir die auch noch ne vom Blödsinn aber mich würde mal interessieren bei diesem totes Canyon ob es hier vielleicht noch alternativ mal anderen Weg geben würde also hier hinten wird ein Ende sein weiß nicht sieht doch jetzt nicht so aus ob er da was ich könnte mir vielleicht noch vorstellen dass hier hinter der Ecke was ist also wir hatten ja schon dass das hier so ein Schluchten drin ist und so weiter und so fort und dann könnte ich mir vielleicht hier ja ok ja aber man muss das ja auch mal ausprobieren von da sind wir Ende auf dem Map ich würde jetzt so gerne so weit sind also das ist unabwägbar dass man hier schon ein Kram mitbringt jetzt sollte man den schon mal machen noch einen fetten Kram mitbringen und jetzt wollte ich mal angucken alternativ hier aufs denn hier den Berghof auch einen schönen Weg geben könnte ich gucke hier ist ja ganz da vielleicht ey guck mir das mal an das interessiert mich schon ob hier alternativ so eine geile Route geben würde also hier sind wir denn schon mal oben drauf das war jetzt auch nicht so schlimm ne muss ich mir nur mal angucken ja hier so irgendwie durchgefahren ne denn das ist natürlich die Frage ich glaube da runter das wäre jetzt auch nicht so das Problem und immer noch kein Upgrade ne ich denke mir ich fahre ja schon so viele komische Wege da hätte jeder schon mal einstehen können ne ich glaube ein großes Minus auf 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 so wir haben natürlich jetzt hier noch den großen Berg vor uns na den brauchen wir ja nicht lang fahren oder? meint er das macht Sinn da oben lang zu fahren? ich weiß ja nicht aber er ist so schön frei ich mache einfach mal wenn nicht dann beherge ich mich und dann wir haben ja noch ein paar Missionen zum Beispiel das Lagerhaus und würde ich ja dann auch irgendwie mal fertig machen ich würde gerne auch mit den Tatarinen irgendwie so losfahren ne aber der hat ja so wenig Sprit aber den können wir hier ja auch noch verwenden und den sind wir noch gar nicht gefahren wir haben ja noch ein paar Ecken zu erforschen auch da wo jetzt die Lagerhaus Ruine ist den können wir zwar wenig abschleppen oder Ware hin und her tragen aber ich weiß nicht ob jetzt auch gedacht ist dass ich hier so hochfahre aber aber ich denke mir halt hier so ein so ein wunderschönes Teritorium dass man hier ja vielleicht mal entfahren kann und uns hält ja Jau nichts auf ne mit unserem guten so hier wird gleich mal gucken wie muss denn hier gleich können wir da unten bike faschen also da könnten wir jetzt wahrscheinlich so runter fahren ich will aber noch eine Ecke weiter aber ich glaube höher kann man gar nicht sein ich glaube gerade hier da wo wir waren oder wo wir gerade entfahren das ist ja das höchste auf der Map vielleicht auch die höchste Position im ganzen Spiel das könnte vielleicht auch so klar sein bisschen tut man es nicht wie viel Höhenmeter wir hier geschafft haben naja scheint wohl fast gleich zu sein und die hinten ist auch so ein schöner Autopot anschein oh geil gut die Frage ist natürlich ob wir auch hier sauber runter kommen wie ich mir das denke ich weiß ja nicht wie weit der aufdeckt doch hier der Weg hier vielleicht doch mal anders machen hier müssen wir hier irgendwie hin hier so am Rand lang und dann hier so hier ja klickt ein kommentar dann wollen wir mal so lange war nicht auf eis fahren mein jung geht das relativ gut und er weiß nicht was er tut jetzt haben wir ja quer das ganze jetzt müssen wir uns schon eine Naturbereitung unterziehen oder ein paar Fehler aber wir halten uns hier ach du meine Wutte was machst du denn hier mit dem kleinen Mastodon Junior könnte man ja eigentlich auch so sehen dass hier der kleine der kleine Junior ist aber der Weg der geht auch jetzt hier ich wollte jetzt in die Heid zu schwimmen ich wundere an ich gucke mir immer so einfach nur um gegen den ganzen Upgrades weil irgendwo muss ja mal was rumstehen kann jetzt sein das war oder das ist halt auf der zweiten Karte und ich denke mir einfach so ja äh kacke ich glaub den kannst du gar nicht umgucken ich glaub das ist im Spiel gar nicht implantiert den ihr komplett umkicken könntest für den ihr komplett umkicken könntest also da wär auch schon ein Einfahrt hier oben und die zweite Einfahrt auf dem Armee auf dem Armee Spitzpunkt hier wird es ja irgendwas geben oder? oder? oder fahr ich jetzt hier komplett insonst ein? hallo? hier mit einer alten Bunker Anlage interessiert gar keinen heftig also das hätte ich jetzt nicht gedacht also hier haben wir noch Ölfässer und dann sind wir eigentlich wieder da so durch ja schade ne? vielleicht haben wir natürlich hier auch so eine äh hier das ist ganz woanders ne? Strom für die Massen das ist auch da Naimandra vergessener Prototyp wo soll der rumstehen? also da hinten oh den können wir ja dann mal mitschleppen also sag ich mal wir fahren hier hin da haben wir ja noch die Ruine dann anzugucken und äh und bla 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 und dann haben wir hier den Scout Anhänger glaube ich okay mit welchem Scout wollen wir da hinfahren? also wir haben jetzt hier so einen normalen Eisweg hier vor uns zack 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 hier volle Straße volle Straße das ginge ja wollen wir dafür den Rivani mal benutzen also wir bergen uns hier erstmal so oder aber das ist ja kein Scout hier ne? der hat ja hier jetzt keine kein Dings ne? der kann ja hier ganz normale ja der hat ja hier so einen normalen Anschluss hinten nein doch warte der hat ja nicht so eine Kupplung hinten ne? deswegen wäre ich eigentlich dafür das war hier mal so ein so ein weil der kann ja nicht mit denen haben wir ja schon ne? der ist auch ein bisschen langsam mal und der hier der könnte das ja machen aber ich würde dann bei denen hier wenn wir den einsetzen ich die Reifen auf jeden Fall anders machen weil dann würde ich mal mehr hier so hier haben wir ja alles bei den guten Motor haben wir auch hier von den Reifen da würde ich denn schon hier so Ketten guck mal ne? die auf Kette das geht doch ne? und Eis und Schlamm und sowas das ist alles exzellent und wir nutzen mal das bevor wir jetzt da nämlich rum eiern so und dann markiere ich mir den Weg da bin ich mal gespannt ey das wird ja Spaß machen hier den ganzen Weg lang zack 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 die müssen wir aber allerdings rechts rein und dann können wir hier rüber fahren so zack 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 hier gab es ja eigentlich so eine Abkürzung die man fahren kann und hier so rein ok dann bin ich mal gespannt wie der jetzt hier abgeht haben wir ja jetzt eigentlich nur Ketten vorn ne ne wir haben überall Kette gut nicht dass er mir irgendwie nur vorne macht oder so das wäre ja genau nicht so egal so und dann bin ich mal gespannt jetzt eigentlich der Weg der dürfte ja gar nicht so schlecht sein wir müssen mal relativ gut fahren können wir haben doch in diesem Gewölbe da eine Quest anzunehmen ja irgendwas lag dann nämlich rum da hat der Erwin gesagt die hat man nämlich übersehen auf jeden von denen ja der kann gut Gas geben also Dittorf Kette das ist ja ganz vernünftig ja immer Staub durch die Felden ja angst vorm Bach da da wollen wir ja nicht rein außer das wäre natürlich jetzt eine mega mega Abkürzung aber da glaube ich nicht mehr rein nach vorne kriege ich das nicht Null ok na dann würde ich ja sagen wir machen das ganze hier gleich nochmal dann fahr ich ja nicht so tief durch und dann glaube ich hier ist ein bisschen flacher ne soll ich jetzt hier so richtig gucken äh ja gut ja das sind so Kleinigkeiten auf der Strecke ne die bauen sie natürlich extra ein für so einen großen interessiert das nicht für hier den kleinen natürlich schon und da muss ich auch ein bisschen mehr drauf achten weil wenn ich jetzt kein Windepunkt hätte dann wäre es natürlich ein bisschen schick ne jetzt kann man gleich an die Kreuzung dann muss er ja jetzt nach rechts weg ne nur ein bisschen matschig der Täter war halt hier noch ok ok das dachte ich mir schon fast ich habe es bloß nicht mehr ganz so im Kopf gehabt so und da wollen wir ja lieber denn hier drauf ne ich würde dann lieber hier das eingeschneite dann benutzen ok und dann mal lieber vielleicht mit dem Lastgang hier durch ja das ist ja natürlich ne Scheißstelle ja das ist ja natürlich ne Scheißstelle ich sehe auch hinten gar nicht dass wir irgendeine Guckung haben fällt mir grad so auf wenn wir nur zum Erkunden jetzt da das wäre doof also wir haben da so eine Ruinenzimmer noch vor uns die wir natürlich dann anvisieren könnten also was heißt Ruin also noch was abzusuchen aber ich dachte ich nehme gleich diesen Anhänger dann damit genug aber wenn natürlich der hier gar kein gar kein Dings hat hier können wir den Nösten mitschleppen und dann am Ende einholen und dann am Ende einholen oh da war ne Scheißsteige hier so tiefer Schnee und irgendwann sollten wir es doch mal geschafft haben hier irgendwann sollten wir es doch mal geschafft haben hier oder auch nicht oder auch nicht scheint der für den jetzt hier auch nicht lecker zu sein ja man sieht natürlich vorher nicht wo drunter ist wir sind die Strecke zwar schon gefahren aber er kann mir den Tyrone ja nicht merken er hat zwar cooler er will eigentlich nicht den Mast da hinten haben und dann läuft der Tier so ein bisschen besser glaube ich zumindest oh ja so tiefen Schnee mag der wohl gar nicht ich will mich selber ja nicht abschleppen ich will vielleicht eine Tanne vor nein manchmal irgendwann muss er die ja mal oh jetzt den ganzen Zottelweg da lang das könnte jetzt hier ein bisschen mehr Grip geben naja jetzt bin ich im Hochgang drin gewesen auszusehen gut aber ich glaube jetzt haben wir hier den Scheißteil hinter uns ich hoffe bloß jetzt nicht auf der anderen Seite das ist nochmal so bei der Weg geht der hier das nennen wir die لا ne von dem fahren wir außen lang das haben wir ja mittlerweile gelernt da wäre wir genau nie in der Mitte fahren aber ich sollte jetzt auch nicht jeden großen Stein mitnehmen weil Erz rein backyard Aber das haben wir ja geschafft, die Scheißstelle eigentlich auch. Alternativ würde ich jetzt ja auch gar nicht wissen, wie man das umfahren könnte, den Schnee. Vielleicht mit einer kleinen längeren Fahrt. Aber wir fahren erstmal hier hin, ob das überhaupt alles so, denn da so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle, weil hier ist ja jetzt auch schon wieder ein wenig. Das geht sogar noch. Das hier wäre natürlich schlimm. Ohne Ketten wäre das natürlich jetzt hier eine richtige schlimme Gaudi. Ja, wir holen natürlich jetzt auf Deutsch den Weg auf, den wir ein bisschen leicht genug, Gott sei Dank, den wir jetzt da im Tiefschnee verloren haben. So, jetzt wird es ja interessant, wie ich da rüberkomme. Ah, wir müssen uns hier irgendwie dann trotzdem da ranziehen. Oh meinst. Ja, da gräbt sie trotzdem durch hier, ne? Wenn wir jetzt ja auch nicht alle kaputt machen, alle Bäume, die da stehen. Ich denke eigentlich nur so ein bisschen ziehen. Da kriegen wir ja nämlich dann vorne, leicht links, äh, den anderen Baum, ne? Oh ja, das könnte jetzt ja schon soweit sein. Da können wir jetzt ja eher ein bisschen stoffen. Da geht es ja auch einen schöneren Weg hier auch. Hier haben wir schon mal. Ich muss jetzt gar nicht schneller machen, weil ich hier eigentlich nur... Oh Mann. Ich wollte ja sagen, drehen am besten so, dass er komplett im Weg ist. Ach, meine Güte. Es wird immer enger hier und enger hier. Aber ich muss ja irgendwie... Komm ich dazwischen? Ja, ich bin ja nicht so fett wie... Nehmt's, ne? Ja, irgendwas von der Seite. Also wahrscheinlich der andere Eingang wäre ein bisschen besser gegangen. Aber wir gucken uns mal gleichzeitig um, ob hier irgendwas rumsteht an... Vehikel, Car oder sonst irgendwas. Aber auch nicht so. Wir nehmen uns dann erstmal die Quest an, ja. Siehste. Und dafür 10.000, ne? Für die ganze Aktion. Das ist natürlich gut. So, meine Frage ist jetzt nur, wenn wir hier so bleiben. Ob wir hier auch dann wieder so ganz normal rüberkommen. Oh, jetzt halte ich mich. Ah. Ich wollte eigentlich in den gleichen Spuren nochmal fahren, die ich schon gebaut habe. Da kann doch dann gar nicht so tief sein. Wir haben doch denn schon die Spur frei gemacht. also das hätten sie auch so ein bisschen anders machen können weil oder kriegen wir jetzt gleich ein bisschen grip ich war ja jetzt schon mal in den gleichen spuren die wir schon mal hatten das würde ja ein bisschen vorwärts kommen ok ich mache das auch screen zu ende wir sehen uns dann da hinten in der stadt beim nächsten mal weiter oder wieder dann nehmen wir die quest an und dann versuchen wir mal ich glaube den anhänger da irgendwie weg zu zotteln und ja mal gucken ich wünsche euch auf jeden fall was dank euch und bis zum nächsten mal